Und da sind sie auf dem Weg in Richtung Ziel, wir schauen hier auf unsere Racer, wir schauen hier ganz nach vorne und hier schauen wir auf die Nummer 310, die letzten Meter vor der zweiten Gerade und hier ist Fabian Otto ganz vorne auf der 1. Und wir schauen mal gespannt, ob er hier seine erste Position verteilen kann, momentan sieht der sehr gut aus für ihn, er bleibt hier unten und auf Seiten auch Position Nummer 2, das ist hier die 966, Marco Köhler, Erlangen auf der 3, die 210, Jordi Schneider, das sind hier die Top 3 in diesem Feld, die letzten Meter sind angebrochen und es schaut gut aus für Fabian Otto, 4.50 Erlangen.